Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, wieder mit dem Zockerdude, ähm, wieder eine Russenschlacht, wieder mit dem selben Deck und, ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das nicht so enden wird wie das letzte. Also, ja, sehen wir uns dann gleich wieder. So, ab dafür. Was haben wir denn so? Alter, wir haben einen dicken Max, wir haben einen Nashorn. Was sind denn hier für Panzer im Gefecht? Übste Motherfucker-Panzer. Wir sind, äh, wo sind wir überhaupt? Wir sind auf der Map Volokolamsk. In Ruski. Wo willst du hin, mein Freund? Wo willst du hin? Hä? Du sagen mir. Da hinten Jagdpanzer. Jagdpanzer sogar. Oh, scheiße, da werde ich nicht durchkommen. Aber er ist tot. Auch gut. Sein Panzer ist schwer. Er ist halt nicht so schnell. Sehr schön. Immer ein Treffer bekommen. Ah, okay. Lucky Shots halt, ne? Ich hoffe, ich bekomme mein Rohr gleich tief genug. Ich meine, ich muss ja da so runtergucken können. Das ist wegen der Steigung. Ich hoffe, das wird so klappen. Ansonsten haben wir ein Problem. Alter, wir fahren gerade bis zu deren Spawn. Das ist vielleicht schlecht, vielleicht gut. Weiß ich nicht. Wie ich schon gesagt hatte, ey. Das meinte ich. Ach Gott. Das ist so schlecht, ey. Das war ein Schuss vom IS-2, glaube ich. Oh, dieses Randpärchen ist scheiße eigentlich. Ich hasse sowas. Und wieder. Ich komme da nicht durch. Ne, ich werde da nicht durch. Komm, da war ein Schuss. Ja, jetzt schießen sie auf uns. Die haben mich gesehen. Tja. Oh nein, der Bomber wird jetzt zu uns kommen wahrscheinlich. Das Regen werde ich jetzt erst mal direkt in einen Jäger gehen. Ja, das sieht auch scheiße aus, weil auf der anderen Seite... Ne, da hinten stehen wir. Wir stehen hier. Okay. Noch ein bisschen mehr und der Sieg hört uns. Ein bisschen schneller. Wow. Aber sonst fliegt da auch nichts, was irgendwie leichte Panzerung hätte oder so. Ist aber auch egal. Dann schießen wir die alle halt an. Irgendwie schon, wa? So. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Endlich mal ein Winkel, wo ich da durchkommen kann. Sehr schön. Das ist ganz schlecht jetzt. Das ist sehr schlecht. Erstmal wieder heilen hier. Solange er da Leute killt, ist mir das egal. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Sieht ganz schlecht aus gerade. Alles innen drin zerstört. Ach. Auf gemeinsamer Mission. So nenne ich die Folge wahrscheinlich auch. Oh, jetzt hat er einen geschluckt. Das hat man gehört. Oh, dicker Max. Das ist ne Chance. Ah. Kraftstofftank. Na gut. Immerhin anfangen. Bisschen höher noch. Und dann. Fuck. Ah. Ah. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Verstanden. Boah, wie ruhig ich gerade bin, ey. Das ist eine Mission. Schön ruhig bleiben. Alle Konzentration auf die Feinde. Und dann. Sollte der Schuss eigentlich durchgehen. Was also nicht ging. Schade. Aua. Wenn da fliege. Jetzt versuchen, da runter zu kommen. Das wäre immerhin schon mal eine Option. Dann. Nächste Sektor. Sehr schön. Geschafft. Aber er ist tot. Das ist schlecht. Was war das denn? Das war ganz schlecht. Oh, shit. Jetzt muss ich wieder da raus. Wo komme ich durch? Wo komme ich durch? Da komme ich durch. Ach, komm. Scheiße. Ja, er hatte besseren Panzer. Er hat bessere Panzerung. Und alles ist besser. Ja, versuchen wir es mit dem. Hätte ja klappen können. Auch wenn es nicht so war. Ohne B17. Jetzt aber. Ziel zerstört. Ziel zerstört. So wollte ich das sehen. So ist das perfekt. Das war ein Sieg. Ein ehrenhafter Sieg. So will ich das doch sehen. So will ich das doch sehen. So muss das sein. So ist das perfekt. Das war eine neue Munition rein. Schnelligkeit. Nee, der ist in Ordnung, was Schnelligkeit angeht. Aber Forschung. Die BR350 SP. Munition. Munition. So. Das war es auch schon. Ja, da hat er recht. Die Runde war nice. Wenn euch diese Folge ebenfalls gefallen hat. Lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Tschüss.